Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Heute melden wir uns aus dem Osterland. Und wie wir gerade gesehen haben, muss der Osterhass schon recht tief arbeiten, damit er auch wirklich alle Wünsche auf die Osteren erfüllen kann. Ja, und auch ihre Codeplatte hat sich jetzt in ein richtiges Osterland verwandelt. Denn dort finden Sie alle die Überraschungen, die der Osterhass uns hier versteckt hat. Wir wollen jetzt gerade mal schauen, was es alles so gibt. Schockihassen aus feiner Arni-Milchschocki. Auch weise gibt es oder ganz grosse. Oder wie wäre es mit dem hier voll von knusprigen Mandelsplitter? Da drin haben wir die preisgünstigen Halbeier aus feinster Arni-Milchschokolade. Es gibt sie in einer grossen Auswahl, gefüllt mit süssen Praline in allen Variationen. Ja, und auch tolle Spielsachen gibt es natürlich wieder bei Goop. Herzige Blüschstierli in Buben- oder Mädelkleider. Ein starker Lastwagen mit Kippbrug. Eine tolle Sandgarnitur. Oder der Europa-Cup-Fussball. Ah, fast hätte ich es vergessen. Auch der Blumenecken in ihrem Goop-Laden hat sich auf Ostern frühlingshaft herausgeputzt. Mit preisgünstigen Blumenarrangements oder sonnigen, wunderschönen Osterströssen. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Ein schöner und trittfester Rasen braucht Pflege und muss auch gedüngt werden. Der neue Goop Rasenvolldünger auf organischer Basis versorgt den Rasen sofort und langfristig mit den nötigen Nährstoffen. Die Anwendung ist risikolos. Es besteht keine Verbrennungsgefahr. Und der neue Goop Rasendünger ist auch mit U-Krub-Vertilger erhältlich. Zwei Neuheiten für die aktuelle Frisur finden Sie jetzt in Ihrem Goop-Laden. Style. Der Frisierschaum von L'Oréal gibt der Frisur Form und natürlichen Halt. Style einfach auftragen, nichts ausspülen und dann frisieren, wie Sie wollen. Style bringt das Haar in Form und haltet es in Form. Auch Beldam Coiffeur hat einen Form- und Pflegeschaum entwickelt, wo das Haar festigt und schützt und ihm Volumen und natürlichen Glanz gibt. Und jetzt ist es wieder Zeit für das Goop-Rezept dieser Woche. Aus dem grossen Tiefgel-Angebot von Goop haben wir heute für Sie Eismeer-Seelachsfilet ausgesucht. Die auftalten Fischfilet im Mehl mit Salz wenden. Und auf beiden Seiten goldbraun backen. Für die Soße haben wir ein Päckchen Spinat erwärmt. Wir geben jetzt hier geschlagenen Rahm hinein und würzen mit Pfeffer und Musken die Nuss. Die Soße wird separat serviert. Zu unserem Seelachsfilet passen Salz-Härtöpfel. Unser Rezept finden Sie in der Goop-Zeitung. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit hatten. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie jetzt aber auf die Aktionen, um zu sparen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Goop Alle Goop-Bohnenkaffee im Pack an 250 und 225 Gramm jetzt 50 Kg günstiger und im Pack an 500 und 475 Gramm 1 Fr. Goldstahl-Rahmglasse Vanille statt 2,75 Gramm jetzt nur 2,20 Gramm. 100 Gramm 1 A Greyerzerkäse nur 1,45 Gramm. Und 100 Gramm 1 A Emmentalerkäse nur 1,35 Gramm. Vorzugsbutter 100 Gramm statt 1,70 Gramm nur 1,45 Gramm. Und 200 Gramm statt 3,35 Gramm nur 2,85 Gramm. Und noch morgen über morgen und am Samstag ein Tiroler Cake statt 3,70 Gramm nur 2,70 Gramm. Ein grosser Butterzopf statt 4 Franken nur 3,20 Gramm. Ausländische Erdbeeren 230 Gramm nur 1,50 Gramm. Morgen werden wieder zwei neue Verkaufsstellen eröffnet. In Schöftland ein Scope-Center mit Blumenecken und Metzgerei. Und in Oberburg bei Burgdorf ein neues Heim und Hobby mit einer grossen Do-it-yourself-Abteilung und einem Gartencenter. Auf Wiedersehen!